Ich heisse Kelly Bivenga und arbeite in der Klinik im Park in Wollishoven von den Hirslanden Gruppen. Ich bin Jenna Marti, ich arbeite als Fachfrau Gesundheit im Pflegeheim in Tietlika im Pflegezentrum Rothacher. Ich bin hier mit einem lockeren Gefühl hergegangen, weil ich das auch zum Spass einerseits mache. Natürlich wäre es schön, wenn man hier gewinnt und sein Bestes zeigen konnte. Man muss einfach gerne mit Leuten zusammenarbeiten, das ist klar. Man muss gerne mit den Leuten reden, man muss sich mit Leuten beschäftigen, man muss aber auch das Medizinische interessiert sein an medizinischen Sachen. Ich glaube, das Beste, was man machen kann in jedem Beruf ist, schnuppern, anschauen, reinschauen und wenn es einem dann gefällt, dann... ...